Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 37.280 US-Dollar. Wir haben einen neuen Pump gesehen. Wir haben unsere Golden Pocket nach oben hin durchbrochen. Wir hatten gestern einigermaßen sinnvolle News. Wie gesagt, die ganze Binance-Geschichte ist das erste Mal vom Tisch. USA geeinigt, sie tritt zurück. Die USA hat hier einen Arsch. Jetzt sind gefühlt jeder Börse, Coinbase, Binance. Ich glaube, Kraken wurde ja jetzt auch noch mal wieder angegangen. Also momentan versucht, die USA hier ordentlich Welle zu machen dagegen, um BlackRock komplett hier freien Lauf zu lassen. Ist das alles wirklich so positiv? Für den Chart auf jeden Fall erst einmal ja. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie wir uns möglicherweise positionieren können. Heute ist Feiertag in den USA, Thanksgiving. Also auch da, denke ich mal, wird es heute ein relativ ruhiger Tag werden. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gestern ein Video zu New Eternal Live gemacht wegen der Krypto-Debit-Card. Schaut euch das gerne an. Kam sehr, sehr gut von euch da draußen an. Alle wichtigsten Fragen beantwortet, wie ihr es beantragt, was es für Vorteile gibt etc. pp. Und es gibt derzeit noch ein kleines New Eternal Live Giveaway von 100.000 Euro in ELT-Token. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ist in der Gruppe alles angepinnt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 37.280 US-Dollar. Wir haben ein höheres Hoch, zumindest von dieser Gegenbewegung nach unten erst einmal gesehen. Dieses höhere Hoch hat mal wieder nur einen kleinen Wig hinterlassen. Das heißt, wir haben auf Schlusskurs weder auf 1-Stunden- noch auf 4-Stunden-Basis hier ein höheres Hoch hinbekommen. Die Bewegung gestern haben wir so im Endeffekt jetzt erstmal prognostiziert. Wir haben gesagt, okay, Fib-Level von unserem Hoch zu unserem Tief ist die Marke um 37.100. Wirklich entscheidend. Wir haben es drüber geschafft. Wir sind sogar über das 0786er gekommen, haben eben diesen Wig hinterlassen und gehen jetzt leicht nach unten. Natürlich hat das Ganze auch damit zu tun, in den USA kehrt einerseits heute ein bisschen Ruhe ein. Andererseits die ganze Binance-Geschichte, die von vielen sehr, sehr positiv aufgenommen wird. Sie, wie gesagt, tritt zurück. Dadurch möglicherweise weniger Marktmanipulation etc. pp. Wir können das Ganze auch nochmal in einem extra Video besprechen. Wenn ihr da Bock auf jeden Fall drauf habt, würde ich mich da mal ein bisschen hinhocken, ein bisschen einlesen. Aber das sorgt natürlich erst einmal für ein bisschen mehr Ruhe. Natürlich wird dadurch auch gestern auch wieder bekannt gegeben, Grayscale soll sich vorgestern mit der SEC getroffen haben. Gestern soll sich BlackRock mit der SEC getroffen haben. Und eine SEC-Kommissarin hat dann gestern auch noch gesagt, es steht eigentlich nichts mehr dem Bitcoin-ETF im Wege. Also es kann wirklich sein, dass es heute oder morgen möglicherweise hier wirklich dazu kommt, dass dieser ETF genehmigt wird. Natürlich ist das alles schon eingepriesen. Man sollte da wirklich vorsichtig sein, dann irgendwelche Mood-Dinger rauszuhauen. Natürlich wird wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Impuls kommen. Dieser wird aber wahrscheinlich dann auch sofort wieder abverkauft werden. Genauso wie wir es damals bei XRP gesehen haben. Also vorsichtig sein. Grundsätzlich ist es bullisch. Es ist vor allem langfristig bullisch. Aber wir sollten hier noch etwas vorsichtig sein. Die Bewegung auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen mehr Volumen reinbekommen. Sieht alles schön und gut aus. Vor allem, wenn wir uns mal diese Bewegung hier angucken, die überhaupt kein Volumen hatte, fast zu einem höheren Hoch geführt hatte. Und jetzt gestern oder heute Nacht eben diese Bewegung sehen wir, okay, da kam etwas mehr Volumen auf jeden Fall rein. Golden Pocket so schön durchbrochen. Alles schön und gut. Wir befinden uns weiterhin in unserem Abtrend-Kanal. Also alles momentan genauso wie gestern. Support hält. Jetzt müssen wir, brauchen wir, oder wir brauchen jetzt nur noch ein höheres Hoch bei 37.600 US-Dollar. Wenn wir da rüber kommen und dann können wir diese Linie hier erst einmal weiterführen. Das hat sein Ziel erreicht. Brauchen wir diese Bewegung und dann ein höheres Hoch und dann sind die 40.000 US-Dollar auf jeden Fall im Bereich des möglichen. RSI hat noch ein bisschen Platz nach oben. Natürlich minimale Bearish Divergence mit keinem Schlusskurs, sondern nur wegen diesem Wicks hier. Derzeit würde ich jetzt auch noch nicht so hoch gewichten. Wir haben heute Feiertag. Morgen ist dann auch schon Black Friday. Also alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Grundsätzlich oder kurzfristig, wer nochmal einen Long-Einstieg brauchen sollte, können wir mal hier das Fit-Level ziehen, wäre eine Erholung, sage ich mal, zumindest hier ins 0,5er. Das wäre dann unsere gelbe Trendlinie, die wir jetzt auch schon 100.000 Mal gezogen haben, die ich jetzt aber auch wahrscheinlich irgendwann mal wegmache. Wäre hier nochmal ein Einstieg bis ungefähr zum Golden Pocket hier runter. Wir schauen mal ganz kurz, ob es hier noch irgendwelche Vector-Candles gibt. Schauen wir mal auch rein. Ja, würde perfekt passen. Und wir sind hier wieder bei unserer Psi-High-Range. Also auch hier Donnerstag kommt normalerweise alles wieder dahin, wo es angefangen hat. Also es würde sehr, sehr gut passen hierzu, wenn wir einfach heute im Laufe des Tages, das machen wir nicht, hier wieder runterkommen in unsere Psi-High-Range. Beziehungsweise auch hier diesen Vector füllen und von hier aus möglicherweise dann nochmal eine Erholung starten. Ansonsten sollte das hier unten failen, gehe ich davon aus, dass es eine absolut langweilige Woche noch wird und wir einfach nur chillen können. Ja, ansonsten gibt es zu Bitcoin derzeit sehr, sehr wenig zu sagen. Das ist die einzige Ding, die ich jetzt erstmal sehe. Daily Open sind wir schon rejected worden. Also nach unten hin haben wir erst einmal Luft und von hier aus dann neuer Versuch nach oben hin zu starten. Heißt ungefähr 36,636, 36,57 wären so die nächsten Long-Einstiege für uns. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Wir machen den Indikator mal ganz kurz weg. Absolut impulsive Bewegung, also hier haben wir nochmal komplett übers Ziel hinaus geschossen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so hoch gehen, aber Ethereum hat dann doch nochmal deutlich nachgezogen. Korrektur, erster Mal abgesagt, wir sind durchs Golden Pocket, wir sind durchs 0786er, wir sind durchs 1er-Fib-Level. Also komplett hinfällig, wir haben aber auch hier, und das ist jetzt so dieses kleine Problem, kein wirklich signifikant höheres Hoch gebildet auf 1-Stunden-Time-Frame. Wir schauen uns das Ganze auf einen 4-Stunden-Time-Frame an, höheres Hoch, Liquidität abgegriffen, ja, um knapp einen Dollar. Und das war es dann auch schon wieder, Korrektur eingesetzt. Also auch hier wäre es ehrlicherweise wirklich sinnvoll, Fib-Level zu ziehen. Und dann sehen wir schon, okay, das 05er liegt bei 2010. US-Dollar also perfekt hier wieder mit unserer gelben Linie Übereinstimmung. Ansonsten, wenn wir nur die Wigs hier oben verbinden sollten, die aber auch nicht wirklich elegant hier oben sind, das sieht ja selber, sieht absolut bescheiden aus, würde ich nicht machen. Dann wäre trotzdem hier das 05er bzw. das Golden Pocket die nächsten Einstiege. Wir würden hier die Liquidität rausziehen und dann wirklich den Trend nach oben hin fortsetzen mit einem möglicherweise Bitcoin-ETF, der dann heute oder morgen noch zugelassen wird. Wer weiß das schon. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Vector-Candles an. 4-Stunden-Time-Frame gibt es keine wirklichen signifikanten Moves. 1-Stunden-Time-Frame würde hier perfekt so um das 05er Fibonacci Retracement Level passen, würde auch zu der lila Box passen. Und zu unserem ehemaligen Downtrend, den wir jetzt mal wieder durchbrochen haben, den wir aber noch im Retest hier gerne nochmal suchen könnten. Wäre ganz nice, wenn wir hier einfach nochmal ganz kurz runterkommen, Liquidität einsammeln und dann wirklich endgültig mal die Trendwende nach oben hin schaffen mit einem hoffentlich Bitcoin-ETF. Gerne mal auch eine Meinung dazu sagen, was sagt ihr, wird es heute kommen, wird es nicht kommen? Ist es alles wieder hier einfach nur, ja, dummes Rausgedränge oder sagt ihr, nee, kommt heute, wir werden heute einen explosiven Move sehen, heute oder morgen. Würde vielleicht so etwas passen. Ey, Feiertag, Black Friday, ineffizienter Move, den wir dann innerhalb nächster Woche dann komplett wieder nach unten hin abgrasen und kriegen unseren 10, 20% Dump und dann startet der Bullrun. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ansonsten bleibt mir von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Wir hören uns auf jeden Fall dann, ja, später nochmal wieder zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Checkt New Eternal Live ab, checkt meine Partner-Wörter BingX gerne ab. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen und ja, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stick.